Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Südafrika. Schwerste Dürre seit einem Jahrhundert trifft 24 Millionen. Südliches Afrika. Dürre lässt 24 Millionen Menschen leiden. Im Süden Afrikas erleben derzeit nach zuverlässigen Schätzungen mehr als 24 Millionen Menschen die direkten Auswirkungen der extremen Dürre. Eine Situation, die nach Ansicht von Experten, die aufgrund des Klimawandels immer häufiger auftreten könnte. Diese Zahl wurde von mehreren humanitären Organisationen bekannt gegeben. Die meisten von ihnen haben Niederlassungen in den betroffenen Regionen und arbeiten unermüdlich, um die Notlage zu lindern und das Bewusstsein für das Ausmaß der Krise zu schärfen. Wie die südafrikanischen Wetterdienste berichteten, ist dies die schlimmste Dürre, die die Region seit Beginn der Aufzeichnungen erlebte. Dies hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Grundwasservorkommen und die Ernten, sondern auch auf die gesamte Biodiversität des Gebiets. Im Gegensatz zu kurzfristigen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erdbeben sind die Auswirkungen von Dürreperioden schrecklicher und nachhaltiger. Nicht nur sind die Menschen gezwungen, extreme Wasserknappheit zu erleben, sondern sie führen auch zu Ernährungsunsicherheit wegen der erheblichen Verluste bei den Ernten und Livestock. Die Vereinten Nationen haben nach diesen Berichten einen dringenden Aufruf zur Unterstützung ausgesprochen. Laut UN-Experten ist schnelle humanitäre Hilfe für die am stärksten betroffenen Gemeinschaften notwendig, um eine größere Katastrophe zu vermeiden. Die Organisation ruft alle Mitgliedsstaaten und Nichtregierungsorganisationen, NGOs, dazu auf, ihre Hilfe zu verstärken, um die Krise zu bewältigen, sei es durch Bereitstellung von Nahrung, Wasser oder anderen lebensnotwendigen Ressourcen. Die langfristige Lösung dieser Krise erfordert einen effektiven und konkreten Plan zum Klimaschutz. Es ist wichtig, alle Bemühungen auf die Vermeidung dieser extremen Wetterereignisse zu konzentrieren, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Dürre in Südafrika ist ein dringender Weckruf für die internationale Gemeinschaft, über den Klimawandel und seine potenziell verheerenden Auswirkungen nicht nur in Afrika, sondern auf der ganzen Welt nachzudenken. Autorin Anita Farke, Dienstag, 23. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.